Und wie das so schaut, geh ich halt mehrmals vorbei, natürlich oben nix an und meine Brüste, die waren da unten vom Schwimmen sowieso wieder irrsinnig schön, vom vielen Schwimmen, da ich bin ja irrsinnig viel geschwommen, ich könnte den ganzen Tag schwimmen, ich weiß nicht was das ist. Jedenfalls keine Reaktion, da ich war verzweifelt, der Bursche reagiert nicht. Eines Abends hab ich mich dann angesoffen und bin voll fett aufs Meer hinaus, genau vor seinem Haus und schwimm und schwimm irrsinnig weit hinaus, da ich weiß gar nicht, wort ich mich umbringen oder was, da hab ich ja noch gar nicht gewusst, dass der ein Motorboot hat. Auf einmal merke, wie ich schwach werd, fast ohnmächtig, wahrscheinlich Kreisler vom vielen Saufen. Er ist aber gleich wieder besser geworden. Und dann hab ich zum Schreien angefangen. Nach circa 10 Minuten ist er dann mit seinem Motorboot gekommen. Ok, ich gehe kurz Tschüss sagen, du pass auf Jana auf, ja? Jana! 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 Schatz. Mensch, du... Mach's denn? Ich hab aufgehört. Vernünftig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. Das tut gut. Noch ein... Was ist denn los? Ja, pass auf, warte. Ich erzähl's dir, du... Also, heute Mittag, eine Programmsetzung. Creative Brainstorm, wie du sie so heißt. Jeder sollte sagen, ob er gerade arbeitet. Was für literarische Entdeckungen er in der Hinterhand hat. Ich hab mal wieder nix, wie immer in den letzten Monaten. Die anderen haben schon Betten abgeschlossen, dass sie mich abschießen nach der Sitzung. Der Wittek hat mir das erzählt, ne? Naja, und dann bin ich an der Reihe. Ich die Altlast. Ein Mann an der Uhren. Eine junge Frau. Schön. Allein. Stark. Der Mann wird Zeuge, wie sie das Kind vor seiner Mutter schätzt. Das ist der Schlüsselerlebnis. Der Mann ist fasziniert von so viel Entschlossenheit, so viel weiblichem Willen. Er ist schwach. Mittelmäßig, ne? Er heftet sich an ihre Fersen. Verfolgt sie. Tag und Nacht. Wie besessen. Wie ein Parasit frisst er sich in ihr Leben. Das Leben einer stolzen, kämpferischen... Alleinerziehenden. Ich hab mindestens 20 Minuten erzählt und keiner hat mich unterbrochen. Danach schweigen. Die Krüger fragt mich nach dem Namen des Autors. Ich sag, deinen Namen kennt natürlich keiner. Denkt mir ein paar biografische Eckdaten aus. Tellerwäscher, Taxifahrer, jüdische Wurzeln und macht dich fünf Jahre jünger. Was? Sie will dich kennen dann? Und dein Buch natürlich. Mein Buch? Ja, ja, ja. Die Wurzeln, find ich nicht. called Dive rumspiels in der Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017